1. Buch, 25. Kapitel Wer die alten Zustände in einer freien Stadt umgestalten will, behalte wenigstens den Schatten der alten Einrichtungen bei. 2. Der, welcher die Zustände einer Stadt umzugestalten wünscht oder willens ist, muss, wenn er sie angenommen sehen und zur Zufriedenheit eines jeden will, aufrechterhalten können, mindestens den Schatten der alten Einrichtungen beibehalten, damit er dem Volke seine Ordnung nicht verändert zu haben scheine, sollten auch in Wahrheit die neuen Ordnungen von den Vergangenen gänzlich verschieden sein. 3. Denn die Masse der Menschen sättigt sich ebenso gut am Schein wie an der Wirklichkeit. Ja, oft werden sie sogar mehr vom Schein als von der Wirklichkeit in Bewegung gesetzt. 4. Aus diesem Grunde verstatteten die Römer schon im Beginn ihres freien Staatslebens diese Notwendigkeit erkennt, als sie anstelle des einen Königs zwei Konsulen erwählt hatten, denselben nicht mehr als zwölf Lektoren, um nicht die Zahl derer zu überschreiten, welche dem König aufwarteten. 5. Da ferner in Rom ein jährliches Opfer stattfand, welches nur von der Person des Königs abgehalten werden durfte und die Römer das Volk um der Entfernung der Könige willen nichts von dem Alten vermissen lassen wollten, 6. So wählten sie einen Vorsteher für dieses Opfer, den sie den Opferkönig nannten und dem Oberpriester unterordneten, sodass das Volk auf diese Weise über dieses Opfer zufriedengestellt wurde und niemals Ursache hatte, wegen Mangelhaftigkeit desselben die Rückkehr der Könige zu wünschen. 7. Und dies muss von allen denen beobachtet werden, welche die alte Lebensweise in einer Stadt abschaffen und sie zu einem neuen und freien Staatsleben führen wollen. 8. Denn da das Neue in den Gemütern der Menschen eine Veränderung hervorbringt, so musst du dafür sorgen, dass diese Änderungen so viel als möglich von den Alten behalten und, wenn die obrigkeitlichen Personen in Zahl, Gewalt und Zeitdauer von der Alten abweichen, dass sie wenigstens den Namen beibehalten. 9. Und zwar muss dies, wie ich sagte, derjenige beobachten, welcher eine unumschränkte Gewalt entweder im Wege der Republik oder der Königsherrschaft einführen will. 10. Wer aber eine unumschränkte Macht derart schaffen will, welche von den Schriftstellern Tyrannis genannt wird, der muss alles neu gestalten, wie im folgenden Kapitel auseinandergesetzt werden soll. 15. Bak even 15. Bak kleine 17. Bak re vier 16. Bak immer 16. Bak